Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder was ganz Neues für euch, denn wie ihr wisst, mache ich ein bisschen viel Zirkuslektion, Bodenarbeit, generell viel am Boden und habe auch früher immer mal nach Parallelie gearbeitet. Und jetzt ist es durch Zufall gekommen, dass ich durch zwei Bekannte aus dem Stall an eine Trainerin gelangt bin, und zwar ist das die Conny. Und bei der hatte ich jetzt vor, ja jetzt ungefähr vor zwei Wochen, meine erste Trainingseinheit. Und ja, wir haben mehr oder weniger direkt da angeknüpft, wo Missy und ich damals aufgehört hatten. Und ich war total glücklich mit der Stunde. Ich habe wieder viel gelernt über mein Energielevel und dass ich viel länger, dadurch, dass ich auch einfach irgendwann mal frei mit Missy spielen möchte, sprich ohne Strick und Halfter, dass sie auf mich reagiert, ist es eben ganz wichtig, dass man mit so wenig Druck wie möglich versucht, das Pferd zu bewegen. Wir haben viel über Energie und das Energiezentrum im Bauch gesprochen, wie man damit das Pferd eben lenken kann. Und ich habe euch ein bisschen mit der Kamera mitgenommen. Dadurch, dass es die erste Stunde war, haben wir halt auch viel geredet. Aber ein paar Dinge haben wir auch trotzdem trainiert und die möchte ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!